Nach der Eröffnung des zweiten Teils der März-Sitzungswoche am Dienstagnachmittag erläuterte Landeshauptmann Arno Kompatscher den Entwurf des Verfassungsgesetzes zur Anpassung der Statuten der Regionen mit Sonderstatut und der autonomen Provinzen. Dieser zielt insbesondere darauf ab, jene Zuständigkeiten wiederherzustellen, die das Verfassungsgericht durch seine Rechtsprechungspraxis seit der Verfassungsreform im Jahr 2001 eingeschränkt hatte. Im Anschluss wurden die Mitglieder der vier Gesetzgebungsausschüsse des Landtages bestellt, sowie die Mitglieder der sogenannten 137er-Kommission, der beim Präsidium des Ministerrates eingerichteten ständigen Kommission für die Probleme der Provinz Bozen namhaft gemacht. Es folgte die Behandlung des Landesgesetzentwurfs Nummer 1824, Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen 2024, 2026 und andere Bestimmungen, mit dem 650 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen eingeplant werden. Nach der Präsentation durch den Einbringer wurde mit der Generaldebatte fortgefahren. Es folgten die Replik des Einbringers auf die Stellungnahmen der Abgeordneten, sowie die Behandlung der Tagesordnungen. Die Plâne Die Pläne Die Pläne Die Pläne Die Pläne Untertitelung des ZDF, 2020